Herzlich Willkommen im Chili! Wir sind heilig für alle, die wir uns in der Familie heute haben. Deswegen... Willkommen im Chili! Wir sind heilig für alle, die wir uns in der Familie heute haben. Deswegen dürfen wir heute etwas ganz besonderes von draußen machen. Du meinst nur die Tiere? Ja... Zwei mal die Salzer, bitte! Und für die junge Dame? Einmal Mineral. Mal vier! Was? Zwei mal die Salzer mit einem Mineralwasser, und ein Mal mit dem Bocklau! Kindchen, du musst was essen, sonst wirst du noch so drin wie eine Bohnenstange und so klein mit Hut! Die Samze ist schlauert! Ich habe noch eine Schlauertung. Ich habe noch einen Schlauertung. Das wäre eine Schlauertung. Weil ich nicht so glücklich bin... Aber ich habe noch eine Schlauertung. Ich habe eine Schlauertung. Ich habe eine Schlauertung. Ja, nein, nein!